Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir kehren zurück zu Age of Ones 4, zurück zu Helmut Dunkelstein. Und zwar morgen am Donnerstag, Achtung, ab 19.30 Uhr. Schon nicht wie gewohnt sonst Donnerstag, 20.30 Uhr, nein, 19.30 Uhr. Ich freue mich sehr darauf, das Spiel macht nämlich unfassbar viel Spaß. Ich glaube, ihr hattet auch eure Freude. Nur Helmut von Dunkelstein hatte nicht so große Freude, denn er hat sich geärgert über die Maulwürfe, die hier aufgetaucht sind aus der Unterwelt. Und zwar besonders über diese Maulwurfsdame, Portia Falcones. Und Helmut von Dunkelstein hat sich leicht selbst überschätzt. Er wollte einen schnellen Krieg gegen diese Maulwürfe führen und der ist nicht so gut gelaufen. Der ist sogar vernichtend für ihn gelaufen. Aber Gott sei Dank hat er eine kleine Zeitmaschine. Wir können uns zu dem Zeitpunkt zurücksetzen, an dem der Krieg erklärt wurde, also bevor der Krieg erklärt wurde und er wird ihn nicht nochmal auf diese Art und Weise erklären. Es muss besser vorbereitet sein und genau das werden wir dann morgen erleben. Wir steigen ein in Runde 14 und müssen uns dieser Maulwürfe erwehren und haben sicher noch viele andere Abenteuer. Es sind noch alte Wunder zu entdecken, überhaupt ein Großteil der Karte und, 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 und. Also, ich freue mich wahnsinnig darauf, auf den Fortgang der Dinge hier. Wir sehen uns morgen Donnerstag ab 19.30 Uhr. Bis dahin macht's gut, euer Steinwall.